Der amerikanische Geheimdienst NSA hat offenbar Zugriff auf Netze der deutschen Telekom und des Kölner Anbieters NetCologne. Auch der britische Geheimdienst verfüge über verdeckte Zugänge. Das berichtet der Spiegel und beruft sich auf Dokumente des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Snowden. Laut Bericht seien die Geheimdienste in der Lage, alle Endgeräte wie Computer, Tablets und Smartphones online zu überwachen.